hallo zur ersten folge von diesem game totally relabel ja und ich beziehe euch gnatboss und heute sind wir nicht alleine heute sind wir mit ähm ja wie heißt es nochmal luca dabei und das ist sowas wie wie heißt es kann es sein dass du dumm bist ähm gangbeasts nur in komisch dass ich entdeckt habe und das ist eine beta version und es funktioniert richtig gut wir haben selber weiter kein plan wie das funktioniert ok man kann sprinten ja so weiß ich nur irgendwie ist das komisch ja ich häng fest ich häng fest ja leute wir haben hier irgendein komischen skin und was man mit diesem game machen muss wissen wir beide nicht hey guck mal wenn ich die ich springe einfach irgendwo gegen was das sinn dieses spiels ist verstehst du das spiel nein aber ich war da ist irgendwie irgendwo hinspringen hey lass mal nach da oben zum heißes ballon gehen warum ist irgend ein heißes ballon leute wenn ihr mal mehr von diesem spiel sehen wollt dann schreibt es in die kommentare äh lol ich bin gerade gegen den gummideckel äh steif ja was bringt mir jetzt hier diven hey wie hilfe ich bin zurückgefallen ja gut das spiel ist ein bisschen abgespaced nicht wahr downtown hey wie soll man hier pokale bekommen oma hallo was geht bei dir do you have enough cash for new paint job ok sie fragt mich ob ich genug geld habe für neuen job äh stop shop lmb rmb achten an der maus muss ich das drücken not not nicht genug ach ich kann sie so anfassen aha was bringt mir das anfassen das geil würde ich haben wagen freigeschaltet wenn die voll zu gehen ok nah ist ich habe es jetzt freig m das ist sie aussehen ist da es sieht aus dieser wagen hier hinten kann ich jetzt hier irgendwas machen ich habe den hier freigeschaltet ich habe ich habe die dritten gold pokal ok ok luka könnte sich gemütet haben weil bei ihm gerne mal leute reinkommen warum auch immer what you touch you äh irgendwie ok den satz hatte ich jetzt nicht ganz verstanden aber schon ich soll sie irgendwie anfassen was have you heard about the late tech er hat sie gehört über das letzte Technik ich musste was wissen oder so hallo Sprinter ich bin der Sprinter okay es gibt ein Flugzeug aber wie in Frage was hattest du jetzt schon wieder ja was du willst ok besucht warum bin ich jetzt schon wieder aber ich habe Fahrzeug freigeschaltet automatisch ein Charakter er hat was hier ist ein Flugzeug ein Charakter macht was er Bock hat ja und hier ist ein typisch clear skies for air traffic control ich muss dir irgendwas lehren warum soll ich eigentlich hier jeden anfassen noch 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 no touching hier steht die ganze Zeit ja fass die Person an wenn du das drückst ah ja ich weiß was das Gelände schwebt einfach überall äh 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 ich bin gleich im Cockpit ah Leute ich hab's äh disconnect äh 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 ja gut und was ich erwähnen muss ist nicht haten es ist nur in der Beta oder erst in der Beta also hier ist irgendwas live äh willkommen your first day on the job your first life is market was stand da okay Leute zum Glück sind wir rejoined jetzt müssen wir hier irgendwas liven warte ich ich drück mal den Knopf äh ah jo der aufwärtsstern ich bewegt vor everything okay ich hab das Paket äh wo ist der Security hier ist hier rein hauen glaube ich ach da rein ah okay ich hab leider nur Bruns ah Leute wir müssen hier Challenges machen ah yeah you unlocked a hair cosmetic geil ich hab haare ich hab haare freigeschaltet okay Luca ich lass gleich ich beweg den gleich da muss das Paket wegbringen oder so äh first time äh zack weg weg äh ja ich bring's weg ich bring's weg nein 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 ah nein Hilfe Luca 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 Hilfe ja rein nein ah rein da komm komm zusammen komm zusammen in der Gemeinschaft wisst ihr was hast du da wir haben's äh ok ich würde sagen äh das haben wir jetzt nicht zum bekommen geht ich hab das Paket Leute das wird der das wird der Run das wird der Run und rein 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 ja ich hab ich hab silber ich hab 25 Dollar bekommen ich würde dir gerne helfen aber das Problem ist so unbezündig kann mein Charakter sich nicht bewegen ok warum auch immer ich glaub ich weiß wie wir es hoch zum Balance schaffen guck mal ich fahr hier einfach hoch hä hä ja ich glaub ich will ich sie für selbst hä ich man kann die Helikopter fliegen was wie ist man das hä hä komm runter ok ich glaub ich weiß wo es die nächste Mission gibt die Wachen äh Staple and more stable for the office oh nein wow hä ich muss das stapeln ich muss das stapeln rein 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 ja ich drück doch Q rein da warum bin ich jetzt gestunnt ich bin einfach gestunnt hier eh alter nein warte ich nicht ah nein Hilfe da brennt mein Charakter hin da haben wir doch schaff mir doch Alter wie kaputt dieses Paket ist komm rein da rein da hehehe guck mal wie viel da einfach raus fällt ok werf's da rein ach mach ich's halt komm Hilfe ah es ist drin es ist drin so wir müssen äh die Sache ist wir müssen stapeln ach voll Alter diese Steuerung ist der letzte Müll ja ich krieg den nicht gegriffen hä ich hab doch gedrückt äh 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 ja gut wir haben die Aufgabe äh ist gescheitert warte wir machen es nochmal ja hallo beweg dich scheiter hallo ähm so warte wo springst du da ein bisschen hin warte ich mach ich mach mir funktioniert die Steuerung lass los lass los lass los komm 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 äh ja gut hallo äh ich bugge ich äh kann ich da mal rein kann ich da Junge warum bin ich jetzt schon äh okay okay ja ich äh geh von dir weg ich nehm ich übernehmen lass los ich kann nicht loslassen jetzt Alter wir sind viel zu schlecht ja ich sehe ich viel zu schlecht wie das Spiel aber Leute wenn ihr wollt äh wenn ihr es besser machen wollt als ihr dann könnt ihr es euch einfach auf Steam kostenlos runterladen das Spiel gibt es ja kostenlos weil es noch in der Beta ist und ja ich hoffe das Spiel wird noch besser oh das war ein Teddybär so warte wir müssen es schaffen guck es wird besser jetzt ist eigentlich ein Game jetzt drinne ich ich egal ich ich und schon wieder gestunnt äh 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 hä wo uns dann nicht die ganze Zeit ich würde vorschlagen das Game gehört in den Müll würde ich so vorschlagen was und was findest du was ich habe nicht zu stellen ich finde das Game gehört in den Müll vielleicht ist die Open Beta nur so das ist ja auch eine Beta ich meine äh vielleicht ist die Beta nur so ich meine äh vielleicht ist die Beta nur so ah warum bist du jetzt bei mir ich muss ich kurz lauter stellen ok der nächste ok Leute ich soll dafür dass äh Luca leckt hallo hä 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 oder müssen wir jetzt Pakete unversehrt reinpacken hey äh 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 Freude Office was der Köln was der Köln wo ist der Punkt er ist es nicht stark was tut es gerne macht es aber so schon wieder kaputt die Lüge er sagt er da reingebracht werden und wir werden niemals um Möbel typisch ich frage du hast uns aber es ist drinnen oder muss ich losfahren spiel kann ich losfahren losfahren geil ja gut das war das Paket danke dafür ja äh alter was du setzt dich drauf und hältst das die ganze Zeit ja ich ja ja genau super gemacht und ich fahre so ich hab keinen Plan wo es hin muss ich würde sagen wir müssen das Paket da wieder reinpacken die Frage ist nur wo ist das Office eigentlich willst du fahren oder was okay ja warte soll ich das Paket ich nehme das Paket okay ich nehme dir yeah warte ich hab das Paket warte dann setze ich schon mal nach vorne blödes Paket dann setze ich schon mal nach vorne okay ich hab das Paket warte ich halte mich dann warte ich muss mich da festhalten nein hä muss ich mich jetzt hier gibt es extra so einen Griff um sich einmal und du musst dich äh du musst losfahren okay ich hab beides ich hab beides was machst du was machst du ich hab das Paket fahr ich hab das Paket ich kann nicht einsteigen du musst da rein springen du musst da rein springen guck doch so klappt das eigentlich guck was er macht ich hab grad keinen mit meinen Händen er springt einfach wo äh irgendwo hin Junge Leute ich sag's euch das macht Österreich Luca äh Österreicher ist so und jetzt musst du dich da ja und jetzt kannst du fahren ich hab's ja die frage ist so wo müsste hinfahren mit wer als D kannst du dich bewegen kannst du irgendwo hinfahren ich hab das Paket noch du kannst weiterfahren sonst ist das zu abgeben zu fehlen hä hä was ähm ja das Paket hat nur noch 9% Leben 0% Leben 0% Leben äh sehr gut ähm ähm ja ja ich weiß jetzt ich glaub ich weiß wo wo's hin muss Leute wollt ihr mal dass wir äh damit mit den beiden anderen mit Fabi und Leo das Beispiel spielen äh ja gut so kann man das auch machen äh guck mal guck mal wie ich fahre äh ich weiß wo's hin muss das Paket ja das wollte ich auch das hab ich gemeint mit der Autorun das alles muss es muss hier rein rein da ja ich hab's geschafft wir haben sogar 5 doch ja alter endlich hab ich's geschafft Lukas spring auf wir fahren hui mal kurz du musst mich hier flieger sende fahr ich um ach ich hab aufsteigen hui ich bin komm fahren komm tschüss er rennt in er rennt in nein du rennst weg tschüss ich fahr ohne dich ich bin ach ich kann ich kann hupen cool ähm ja ich würd sagen ich hab nen Crash gebaut aber egal Leute wir müssen zur nächsten Mission komm komm sprint um dein Leben ich weiß äh ja komm hier rüber das wird auch wieder Spaß jetzt zu machen oh ja so und ja alter use the for clip to your advantage oh nein danke dafür gay ok der wievielte disconnect ist das jetzt vierter ja ich dachte vierter komm zieh 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 er schwirr ähm Leute damit würde ich sagen das wärs mit dem Video wenn es euch gefallen hat dann lasst euch einen like damit keine weiteren Videos zu verpassen abonnieren schaut bei Luca vorbei vielleicht kommen bei ihm noch mal ein paar Videos oder auch mal dieses Spiel ja wenn ihr noch ein paar sehen wollt dann schreibt in den Kommentar oder lasst ein like damit damit ich sehe vielleicht ähm spielen wir das nächste mal wenn ihr es wollt äh Fabi und Luca äh Fabi und Leo und Luca und sonst sagt tschau Leute wuuu u